Catch my soul, bis durch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video, Freunde, zocken wir Hordenstellung, Höllen holen Zwinger Erobere die Hordenstellung und halte sie gegen die Lebenden und die Untoten Ja, also es ist sozusagen ein Modus, wo ich gegen euch spiele Oh bitte, das war nur witz, Freunde, bitte lasst ein Like da und bitte dislike nicht das Video, ich brauche eure Likes Alright, Freunde, ich wollte mal sagen, wir gehen mal rein, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet Kleiner Fun-Fick, ich nehme dieses Video direkt, nachdem ich Interstellar-Frei geschaltet habe Das heißt, ich habe hier keine, oh mein Gott, ich habe hier keine Klassen Ich habe keine Waffe, die ich spielen kann, what the fuck Alright, ich würde mal sagen, Freunde, wir jumpen auf Greece Kleiner Fun-Fact, ich bin ja Griech, ich komme ja aus Griechenland und ich habe zu dieser Map kein Video gemacht Es gibt eine scheiß Map aus meinem Land und ich habe dazu kein Video gemacht Ich habe es einfach vergessen, mir ist es nicht aufgefallen, dass es eine neue Map ist Hi, Freunde, ich bin hier der COD-Informant eures Vertrauens Also ich muss, die Lebenden müssen gegen die Untoten kämpfen, aber es ist trotzdem 6 gegen 6 Gesammelte Knochen, gesammelte Schädel Wait, what? Hordenschein, halte die Stellung Alright, machen wir mal Ich gehe jetzt mal kurze Runde hier schwimmen Ist das einfach nur Stellung? Digga, das ist einfach nur Stellung, das ist ein Scam Mein scheiß Aim ist auch ein Scam Okay, also es ist einfach nur Stellung, aber selber schein... Ah, okay, also es ist... Also kurz gesagt ist es Stellung mit Zombies, die spawnen Und Hure holt mich Stark, Digga, stark, 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 stark Geiler Klant-Tag, Bro By the way, Freunde, kleiner Funfact, ich kann mich nicht Catch-My-Ass nennen, weil ich gegen die Regeln und die Richtlinien verstöße, aber man darf sich im Klartik-Huch rennen Ja, das ist, ähm, Call of Duty in a nutshell Aber ich muss sagen, Freunde, erstes Mal spiele ich In-Game mit der Hinter-Salat-Hahnung Es sieht schon ziemlich sexy aus Übertrieben, gar, ich bin so glücklich, dass ich es freigeschaltet habe Jetzt gehen wir mal in die nächste Stellung rein, so Oh Mann, was ein toller Modus, what the fuck, wie cool Hallo Freunde, was geht ab? Moin Was ist das denn für ein Scheiß-Modus? Elite-Zombies kommen Wait, wird's doch noch spannend? Was sind Elite-Zombies? Ähm, okay, oh Oh, jetzt sind Hunde am Start Und überall sind Köpfe Okay Oh, was geht denn jetzt ab? Okay, ich hab den Modus zu früh gejudged Das Aim habt ihr gerade hier nicht gesehen Easy, weg mit dir, Bro Oh, meine Zuschauer Meine Zuschauer, ich muss auch meine Zuschauer schießen, what the fuck Also kurz gesagt, Freunde, es ist, ähm, ein Multiplayer-Modus Geforced oder gemischt mit Mit Multiplayer Also eigentlich haben sie, ja doch, das ist eigentlich nur das Zombie-Modus mit Stellung Multiplayer Ist der Modus cool, Freunde? Schreibt es mir gerne in die Kommentare Habt ihr den Modus schon gezockt? Ich weiß nicht, ob er so geil ist Coole Digga, man kann Man kann eine LMG auf ihn mit 300 Schuss Ja Okay, nee, ist, ist top Ist ein cooler Modus Nee, ist wirklich ein spannender Modus Ey, hat mega Spaß gemacht Ich hab zwölf Kills gemacht All right, Freunde, was für Modi gibt es noch was Neues? Ähm, Team Waffenspiel Okay, Waffenspiel ist cool Das hatten wir gerade eben, richtiger Arsch-Modus Was ist das? Nur Waff- Nur Scharfschützengewehre? Hier sind nur Scharfschützengewehre erlaubt Sehen wir uns mal diese 360s ohne Zielfernrohren Freunde, ich glaub dieser Modus Schreit nach dem Sniper-Profi Eins, zwei, drei Heilig Wie krass sieht bitte die Interstellar-Tarnung auf das Sniper-Haus Weil, Freunde, ich erwähne die ganze Zeit die Tarnung und so Weil ich hab, ich nehm dieses Video gerade, nachdem ich Interstellar freigeschaltet hab Das heißt, für euch ist es, ähm, Montag, Dienstag, Mitte Drei Tage her Oder drei Tage, nachdem ich Interstellar freigeschaltet hab Für mich ist es gefühlt fünf Minuten her Wo so Putz Digga, ich hab ihn ja wirklich geholt Oh mein Gott, hätte ich den geholt, ich wär wirklich ein Sniper-Profi What the fuck Also ich glaub, dieser Modus ist wirklich perfekt für die Leute, die snipen lernen möchten Weil snipen ist schon nice, aber halt, wenn dich jemand pusht mit einer MP Du kannst ja gegen ihn nichts machen Du musst wirklich Du musst halt wirklich gut spielen Oder richtig krass schon sein, dass du gegen eine MP kämpfen kannst Okay, wo sind die Gegner? Kommt her, Gegner Hardscope In die Fresse In die In die In die Fresse War ein Spaßschuss Digga Der wurde so aus dem Leben gesnipet What the fuck Ja, also Der Modus ist zwar ziemlich nice Der Modus ist nice So cool für die Leute, die snipen wollen Aber die Map ist halt arsch Ich würde Ich würde halt so einen Sniper fühlen auf Shipment Only Sniper 360 auf Shipment Das wär sexy, Alter Easy Quickscope Wichtig und richtig Komm, jetzt bin ich Jetzt bin ich on fire 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 One shot One shot Der, hier kann man nur snipen Und die verstecken sich alle Hallo? Gegner? Haha Kopfschuss Alright Ne, hier ist wirklich Ich will nicht noch niemand Die kämpfen einfach Oh, da Scheiße, scheiße, scheiße Komm, komm, komm Ich pusch den Ich pusch den Ich pusch den Achtung Fuck Okay, da vorne sind zwei Scheiße, scheiße Fuck Hitmarker Alright, come on Nicht schlimm, nicht schlimm, Freunde Komm Oh, da Oh mein Ich hab recht Dieses scheiß Licht gesehen Aber ich dachte Ich werd irgendwie Den anderen schneller kriegen Come on Come on Fokus, Mokus jetzt Okay, ich will einmal Ich will so zwei, drei Kills Flawless hintereinander machen Alright Einen Kill hab ich schon mal Was? Was? Easy Das muss ich nachladen Fuck Ich will mal einmal so eine coole Ich will einmal so eine coole Streak haben Easy Oh mein Das war ein sexy Schuss What the fuck, Freunde Ich hab euch gesagt Der Sniper-Pofi Eins, zwei, drei Ist nicht am Start Come on, come on Hier durch pushen Moinsen Hallo Wisst ihr, was auch noch geil wäre? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie Hitmarker Hitmarker Digga, ich hab einen Hitmarker gelandet Bei so einer Strecke Er war einfach Literally vor mir Das verarscht Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wie geil wäre es, wenn man irgendwie so einen Modus hat Wie jetzt zum Beispiel Nur Sniper Aber man muss sich 360 Grad drehen Damit Damit der Schuss connectet Oder damit es als Kill zählt Checkt ihr Ich weiß nicht, ob es machbar ist Irgendwie so technisch gesehen Ob es funktioniert Aber es wäre Es wäre ziemlich Es wäre ziemlich geil Hitmarker Digga, mein Sniper ist Arsch Aber die sieht so cool aus Okay, wir sind auch gerade Hardcore verlieren Aber es ist ein Schlimm, Freunde Denn ich gehe immer nur auf die Ich gehe immer nur auf die Ich gehe Ich will einmal so eine richtig coole Montage machen Wo ich so zwei, drei Kills hintereinander mache Checkt ihr Zum Beispiel, Achtung Einmal den hier Nein, nicht so Nicht so Vor die Runde zu Ende geht Ich will einmal so zwei, drei Kills hintereinander machen Come on Schaffe ich, schaffe ich Achtung, Achtung von jetzt Uno Nein, nein Man, es dauert zu lange Ich habe mich geschossen Seid ihr ready? Seid ihr ready? Jetzt aber Jetzt passiert es Achtung, Achtung Achtung Jetzt gleich kommt es Jetzt gleich kommt es Achtung Ähm Oh mein Gott Oh Nein Oh Hitmarker Moment, Achtung Jetzt kommt gleich der Der cool Ich hasse dieses Modus Gleich kommt es, Freunde Gleich kommt es Achtung, Achtung Seid ihr ready? Achtung, Achtung Jetzt, Achtung Jetzt, jetzt passiert es Jetzt passiert es Ähm Äh Turn down forward Moinsin Hitmarker Das wäre so schön gewesen Aber warum Hitmarker? Ja, wow 25 Sekunden Komm, wenigstens Ein Schuss noch Wenigstens Ein schöner Quickscope Ich sag Quickscope Und Hearscope Ist meine Runde Oh, Quickscope Let's go Richtig Ein Kill Ein Kill Ein Kill Was? 17 22 Wisst ihr, ich hatte mal, glaube ich, 2, 3 Videos gemacht In Cold War War es Black Ops Cold War Da habe ich gesagt, da stand im Titel Der Sniper Profi 1, 2, 3 Ich habe ziemlich gut gesniped Ja, ich habe es wohl verlernt Auf jeden Fall, Freunde Ich würde mal sagen, das Video lasst es geliked Aber schreibt mir unbedingt rein in die Kommentare Von der Skala von 1 bis hin Wie geil fandet ihr diesen, ähm Höllenhund Zwinger Modus Der war übertrieben Arsch Oder wie geil fandet ihr nur Scharfschützen Modus Ich muss sagen, der Sniper Modus war ziemlich nice Der Höllen Modus Oder dieser Zombie Zombie X Multiplayer Modus War übertrieben arsch Das war übertrieben arsch, Freunde Lasst es geliked Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschau